im namen als salab am herzigen alles so gewinnt allerdings in der welt noch für ihn und sich auf den gesandten massen alle aus dem liebe geschwister im islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh heute machen wir hadith nummer 6 hatte ich der woche spaß kommt etwas spät aber alhamdulillah wir haben es doch geschafft noch diese woche in diesen hadith aufzunehmen und der hadith geht wie folgt der gesandte allah salallahu alaihi wassalam sagt hat gesagt nutze fünf aus bevor die fünf erreichen werden nutze deine jugend bevor du alt bist nutze dein leben bevor du stirbst nutze deine freizeit bevor du beschäftigt sein wirst nutze deine gesundheit bevor du krank wirst und nutze dein reichstum bevor du verarmst überliefert von termini von termini ich wiederhole noch mal den hadith oder ich will diese fünf sachen des hadith nutze deine jugend bevor du alt wirst nutze dein leben bevor du stirbst nutze deine freizeit bevor du beschäftigst oder bevor du beschäftigst sein wirst und nutze deine gesundheit bevor du krank wirst und nutze dein reichstum bevor du verarmst fünf sachen liebe geschwister sagt der prophet so wir nutzen bevor uns die anderen fünf sachen erreichen und dann wird die dinge nicht nutzen können ja ein sehr schöner hadith sehr schön nützliche sachen so beiznillahi ta'ala bitten wir allah ta'ala darum und sagen oh allah lasst uns von denjenigen sein die diese fünf dinge nutzen werden bevor sie diese fünf andere dinge erreichen barakallah fikum wassalamu alaikum bis nächste woche mit dem nächsten hadith